So, da sind wir wieder! So, meine lieben Freunde, äh... Folge 7. Du fährst übrigens. Ja, das hast du total super gemacht. War die falsche Taste, war die falsche Taste leider. Das sah total klasse aus. Musst dir immer mal angucken. Du fährst und ich sprich einfach hoch. Den hast du, der ist drin! Oh! Wie hat er den denn gerettet? Oh, reingeprügelt! Den hatte ich aber noch. Nö. Aber, also meine Aktion war aber eigentlich richtig schön, ne? Oh, wir haben... Oh! Oh! Ja, die war schön. Es war ziemlich schade, dass du den nicht gekriegt hast. Oder der ist nicht angegangen. So, du fährst. Okay. Hab ich... Mötel! Die maulende Mötel! Verkackt. Aber du bist da, ne? Ja, nice. Ah, komm, mach. Ja, nice! Die Flagge kann sich sehen lassen. Oh! Der ist doch wirklich ein bisschen weit. Verkackt. Kann leider nicht cool springen, dass du mir wirklich immer noch sehr leid. Ah, vielleicht kann ich den... Ah, vielleicht kann ich den mit der Shift-Taste. Warte mal. Mach erstmal mal ein Tor. Pass auf und dann... Was war das? Macht der wirklich ein Tor? Ist ja unfassbar. Was war das denn? Ja, guck's dir an. Mal hier ein bisschen rechts. Zack, rechts gespielt. Er kommt zu mir und dann... Tschüss. Ja, dann machen wir den rein. Schick. Ja, kann man machen. Warte mal, jetzt probier ich gleich noch was. Mit Shift mal schön springen. Ne, es geht wirklich. Aber das war mal ein Frontflip. Der sah zumindest so aus. Gott, war das knapp. Ist der drin? Ne. Ach ne, der Heisenberg ist er im Tor. Aber wahrscheinlich kocht der ein paar bisschen Crystal Meth. Heisenberg? Von Brackenbad. Verstehe. Och Chris. Ah, der war weg. nichts oder zum tor ja guck dir mal was du getan hast ja guck dir mal an so da fahre ich und rat mal wenn du gerade getroffen hast verstehst du das aber den anderen habe ich doch auch getroffen ja aber der ist von alleine so gerollt dabei bin ich auch mit losgeflogen ooooh fast eine flanke und ich krieg hier nicht vernünftig weißt du hinten spielen ist auch nicht so mein ding weißt du das ist eines tritt ist nicht würdig besser das ist aber nett von ihm ach so mal die mitte so dadurch ja jetzt weiß so schade bin ich getroffen märns und er hat immer ein bisschen mehr an bei der kommt der kommt ja 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 na ja Na gut, wenn ihr alle den nicht spiel, fand ich das jetzt ein bisschen doof von euch. Ich dachte, einer spürt den. So, der Kritz wieder. Der Kritz! Ich hab den gleichen Trick normal versucht, das hat diesmal leider nicht so gut funktioniert. Verarscht, alle. Oh, Andre! Bisschen abgeblockt. Stimmt. Jetzt du. Das war ja nichts. Das war richtig kacke. Scheiße. Der geht rein, der geht rein, der geht rein, der geht rein. Komm, komm, komm. Nice. Ich hab zwar schon ewig kein Tor mehr gemacht, aber... WTF, Mann! Das war der Scheiß. Ich bedanke mich. Zack. Und... Koch halt Drogen, Alter, Eisenberg. Du hast dir nichts verloren. Preisenberg. Dinkelberg. Soll ich? Oh, ne. Ich bleib noch hin. Oh, ne. Da hab ich mich komplett versprungen. Das macht aber gar nichts. Da nehme ich jetzt erstmal den Boost. So, du regelst jetzt mal eben. Schieß weg, den Scheiß. Perfekt. So. Da kommt die Ballen. Ja? Ja? Hast du den? Hast du den? Oh, der kritzt. Wie er sie wieder ausdribbelt. Ja, aber leider mach ich die nie. Aber jetzt. Aber jetzt. Ja, fast. Das war ein Anfang, wa? Oh, was ist dein Zusammenspiel? Guck dir diesen Ball an. Alter, guck dir bitte. Alter. Oh, herrlich. Guck dir das an. Zack. Und genau auf den Kritz gelegt. Oh, ne. Man hat einfach nur noch ein paar Zeit. Alter. What a cunt. Heisenberg hat das Spiel verlassen. Ah, weil Heisenberg keinen Bock mehr hat. Oh, wie sie jetzt am Flame sind, ne? Das war der erste Rage-Kid von Heisenberg. Hätte ich ihm gar nicht zugetrohlen. Eigentlich ist das ein ganz cooler Typ, der Heisenberg. Der echte Zusammenspiel. Oh, Chris. Aus dem Alter bist du doch raus hier. Komm. Ja, Chris, du regelst ihn jetzt. Easy. Das war genau so geplant. Easy. 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 Mach doch mal easy. Los, easy. Oh, Mist. Komm, easy. Oh, schade. Easy. Mano. Komm, ich will noch ein Tor. Ich will noch ein Tor. Ich will noch ein Tor. Oh, zu früh. Leider. Komm, Chris, wenn du ein Tor willst, dann musst du es jetzt machen. Das schaffen wir nicht. Halten hoch, halten hoch. Wär mal. Schade. Okay, war aber ein schönes Spiel. Ja, stimmt. Sechs Minuten haben wir jetzt um. Taxi, schön. Also, ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Ich bin bereit. Bin bereit. Bin bereit. Ich wusste, dass du das sagst. Dumme Leute wissen einfach nicht, wie dumm sie einfach sind. Zitat von Patrick. Ja, ja. Jetzt drin. Achso, du spielst. Oh, du hast ihn allein gemacht? Ey, warum hab ich kein Tor bekommen? Ja, weil wir alleine sind. Da kriegt man keine Tor. Und bam, Junge. Warte mal, irgendwie hab ich doch diesen Dingssprung gemacht. Ah, okay. Oh, ich bin doch noch gar nicht fertig. Ich will doch noch üben. Ja, mach doch nix. So, jetzt. Komm, ich zieh durch. Ich zieh durch. Jetzt wollen, äh, Leute wie du, 59 und Xiojo 59 X. Wollen jetzt gegen uns verlieren. Könnte, könnte, äh. Semi-Profi und Semi-Profi und Veteran, würde ich sagen. Oh Gott. Machst du den? Ach, shit. Nicht gekriegt. Aber den Rest machst du. Nee. Geh, den Rest machst du nicht. Ich hab ihn getroffen, aber leider nach hinten. Oh, schade. Ich dachte, der bleibt an der Bande, aber das war definitiv nicht der Fall. Ja, Chris, das sieht schön nicht schlecht aus. Ja, komm, jetzt mach ich. Oh. Schön. Das war's mit den Veteranen da, ne? Ja, ich dachte, der regt mich noch ab, aber es ist noch gut gegangen. Zack. Wannst du das noch mal anschauen hier? Zack, schubst du den schön rein. Herrlich, herrlich. So, du bist dran. Ja, okay, mach ich. Ja, das war nicht schlecht. Also, besser als wenn er auf unser Tor gegangen wäre. Richtig, richtig. Jetzt gehst du hin. Ja, mach ich. Oh, jetzt, jetzt geh ich hin. Oh, oh. Oh, das riecht nach einem Tor von einem Kritz. Ja, ja, fast. Ja, ich bin so hochgekommen, verdammte Scheiße. Da musst du ihn raushauen, da musst du ihn raushauen. Ich komm mal von hinten. Nee, doch nicht, doch nicht. Nein, Chris! Du hast den schön weggeblockt. Richtig gut. Ich wollte ihn halt reinmachen. Ja, ich hätt ihn reingemacht. Ich wollte. Ist doch auch was wert, oder? Das Gegenteil ist passiert. Oh, Chris, man. Wenn ich einfach mal meine Sprünge steuern könnte. Du musst dir diesen Ball angucken. Folge 8, zweites Spiel. Ich hab ihn so schön reingedrücken können und du saltest ihn wieder raus. Toll. Wenn ich das mal vor unserem Tor machen würde, was? Ja, herrlich. So, da Kritz wieder. Ja, ja, schön die Beine hochgefogen. Ja. Okay. Kommt er in die Mitte? Der kommt in die Mitte. Der kommt in die Mitte. Nee, doch nicht. Oh, schade eigentlich. Ich dachte. Der aber... Oh, ich bin aber gerade hinterher geflogen. Ja, also F-Jugend-Fußball spielen wir hier grundsätzlich nicht. Nee. Bedeutet, nicht alle den Ball hinterher. Hab ich nicht getan. Okay, gut. Wollst du nochmal sagen? Oh, der war schön. Aber nicht mit mir. Jetzt spiel ich mal ein bisschen. Ich hab mich wenigstens mal berührt. Ah, shit. Kritz, den musst du retten. Den musst du retten. Boah, jetzt spielen wir alleine? Aber ich fliege da gerade die ganze Zeit daneben. Das ändern wir jetzt mal. Ja, und jetzt machen wir mal ein Tor. Komm. Hier, komm. Nee, der ist krass. Oh, der war ja richtig kacke. Ah, okay. Wie hab ich das gemacht? Was, der war ja unter Kontrolle? Oh, war das knapp. Alter, verdammte Scheiße nochmal. Na, 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 na? Ich hab jetzt gelernt, man kann zweimal drücken. Oh. Beim Springen. Hab ich dir das nicht gesagt? Nee. Oh, ups. Ich glaube zumindest. Kann sein, dass du's getan hast. Also eigentlich hättest du jetzt nur reinfahren. Ihr hoppt kein Boost mehr. Das ist total semi-cool. Ja, 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 oh, der war leider nicht drin, aber wir haben ja noch eine zweite Chance, der war auch nicht drin. So, zieh durch. Ich bin in der Mitte, ich bin in der Mitte. Ja, leider schön gehalten. Oder schön geblockiert auf jeden Fall. Ja, schön angetäuscht. Oh Gott. Alter. Alter. Ja, schöne Vorlage für den Gegner. Nee, für dich, siehst du, das war doch gut. Und jetzt du, komm. Vollgas, der ist genau über dem Tor. Ja, gut, gut. Versuchst du mal. Ich finde, ich bin schön gegen jemanden gefahren, auf jeden Fall. Ach, Chris. Ich kann es einfach nicht, sorry. Ich kann, sorry Leute, ich kann es nicht. Es tut mir wirklich leid. Ich fahre da einfach hoch. Und, nö, ich hab ja Bock. Das kann doch nicht wahr sein. Warum mache ich das denn? Ja, ich nehme mal die Boost-Blase hier. Und der Kritz, der spielt den Ball in Tor. Das habe ich auch nicht erwartet. Ja, Mensch. Oh, jetzt zack, nehme ich den einfach mit. Ja. Komm, schieß doch mal rein hier. Kann man so machen, ne? Kann man so machen. Ja, finde ich auch. Bester Mann auf dem Platz, würde ich sagen. Anfänger. Steht da sogar. Ich fahre übrigens. Okay. Oh, schade. Nimm den mal. Ja, mach mal. Oh, das habe ich wieder verkackt. Das ist aber schade. Du nicht. Oh, der Kritz. Warst du ein Doppelpass? Oh. Oh, bist du down? Ja, ich bin down. Egal. Oh, du machst das alleine. Guck mal. Er ist alleine durch. Komm, jetzt bitte ein Tor. Komm, komm, komm. Okay. Okay, okay, okay. So, du fährst. Ja. Vollgas. Vollgas. Ja, ja, das ist gut. Die Richtung stimmt. Oh. Jetzt durch. What? Oh Gott. Ja, ja, du hast das doch. Ich vertraue dir doch. Das würde ich nicht tun in deiner Stelle. Nein, du regelst das. Ich bleib mal hier. Guck mir das ganze Spektakel mal an. Mach mal so, ab und zu. Und geh wieder. War zu gerade. Aber, den machen wir einfach nochmal. Alter, nice. Wie geil war das denn? What the fuck? Was fühl ich mir, alter, was war das denn? Aber ich hatte den gleichen Plan, guck. Aber ich bin hoch geflogen. Ja, ich kann das ja nicht. Du musst hoch springen und boosten. Okay. So, das war's. Das war's. Das habe ich mir vergessen. Das waren wieder 15 Minuten. Hammer. Mit zwei Spielen passt das immer total perfekt. Und zweimal gewonnen. Und zweimal gewonnen. Ich bin begeistert. Die wollen nochmal spielen. Ich würde sagen, wir sagen ja. Nee, wir sagen jetzt Hauptmenü. Wir sagen jetzt Hauptmenü. Warum sagen wir Hauptmenü? Dann wird's erstmal Tschüss sagen. Achso, wir sagen erstmal Tschüss. Tschüss, bis später. Tschüss, bis später.